So Leute, was geht? Gruß geht raus. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich das Video beginnen soll, aber ich mach das jetzt einfach mal irgendwie. Weil ihr seht ja das große Thumb-Mail, Stress-Beef, irgendwas, tralala, liegt in der Luft. Aber eigentlich geht es jetzt gerade ein bisschen um was anderes. Es fließt teilweise das auch rein, aber ich schau das jetzt einfach mal raus, weil es mich einfach ankotzt. Diese ganze verschissene Tracks-YouTube-Szene. Jetzt wird bitte ernst. Ich vergleiche ihn gerade mit einem Titanic, der untergeht. Der Sinan geht nicht unter. Also Leute, um was es einfach geht, mein Video wurde gesperrt. Sofort nach nicht mal zwei, drei Minuten, wo ich es hochgeladen habe, dieses schöne Video, was ich hier euch mal einblenden werde. Von den guten Roos mit Manuelsen, das Telefonat, was auch immer. Wo einige unschöne Sachen gesagt wurden. Und gleich vorweg, da ging es um Sinan-G. Wie dieses Thema ist mir auch völlig spuse, das habe ich auch drinnen erklärt gehabt, dass mich das nicht interessiert. Was heißt interessiert? Schon. Ich meine nur, dass man jemanden nicht vorverurteilen soll. Ja, lieber erst mal abwarten. Es ist noch kein Recht gesprochen. Papa, verstehe ich schon so einigermaßen. Aber es ist doch nicht Fakt. Ja, es ist. Keiner weiß, ob das überhaupt stimmt oder so. Und ich bin auf jeden Fall keiner von denen. Nur wer irgendeiner was sagt, glaube ich das. Und dann ist der sofort bei mir verurteilt. Was machst du? Springst du hinterher und stirbst auch? Oder holt sie ihn auf die Tür und ihr geht beide unter? Es war eigentlich ein sehr positives Video für Sinan-G. Aber meins wurde trotzdem gesperrt, weil der Content natürlich geschützt ist von diesen guten Roos im Internet. Wo ich mich gleich mal wieder fragen muss, die zu 99% ihren ganzen Content auf Re-Reaction und was weiß ich Videos aufbauen. Aber dann selber ihre Sachen unter Content-ID stellen und andere Leute nicht arbeiten lassen können damit. Also das verstehe ich absolut nicht. Also ich weiß nicht, wenn ich Videos hochlade, dann ist es mir doch wurscht. Außer ich habe was zu verbergen oder ich möchte nicht, dass es genutzt wird, weil es sich sonst in eine komische Richtung entwickeln könnte. Also das heißt, wie die meisten YouTuber leider momentan auf YouTube, die halt Politik spielen. Ja, das muss man wirklich so sagen. Sie spielen sehr viel Politik hinter den Kulissen, versuchen Meinungen zu lenken. Ja, sie versuchen euch da draußen zu beeinflussen mit Content, die natürlich dann nur von so Leuten kommen und lassen keine andere Meinung zu. Sei mal dahingestellt, also das wäre ja positiv für Sinan ausgegangen. Aber das Video habe ich nach drei Stunden gesehen und natürlich denke ich mir, sehr interessant momentan nehme ich mit. Auch nichts Schlimmes dabei. Weil den einzigsten, den ich wirklich auch kritisiert habe in diesem Video, war für mich in meinen Augen Manuelsen. Weil das lag auf der Hand, das war Fakt, das ist so passiert. Also was ich selber wahrgenommen habe, richtig, ja. Das hat er selber auch gesagt. Das Video, du hast es gesehen, es ist geschnitten. Oder nicht? Ja, es ist geschnitten. Oder nicht? Okay. Also gibt es einen Zweifel? Gibt es einen Zweifel? Und du kennst ihn an 20 Jahren. Einfach aus dem Grund, er hat einen Kumpel, ja, der jetzt gerade richtig in der Kreide steht. Und man muss mal den Leuten eins draußen erklären. Er ist 20 Jahre mit diesen Menschen befreundet und ist nicht in der Lage, ihn anzurufen, um das zu klären? Also Leute, versteht mich da nicht falsch oder sehe ich das falsch oder keine Ahnung? Das ist in meinen Augen kein Freund. Der würde bei mir keinen Fuß mehr reinsetzen. Der könnte gehen. Aber Tschüssikowski. Also ich verstehe das nicht, was da abgeht. Da muss ich auf jeden Fall sagen, also Manuelsen würde ich nicht gerne als Freund haben. Der fällt auf jeden Fall schon mal richtig runter. Und noch mal eins zu der ganzen Sache. Es ist nicht nur dieser Content. Bei mir wurden schon lauter Videos gesperrt und da gehört auch MontanaPleck mit rein und noch ganz viele andere YouTuber, die ihren Content schützen lassen, so dass ich keine Reaction machen kann oder andere kleine YouTuber und ein bisschen von ihren großen Hack abbekommen. Ja, es kommen so viele kleine Stricher, wirklich, ich muss das sagen, Entschuldigung Leute, es kommen wirklich kleine Striche an, die dich beleidigen und sagen, du bist neidisch oder irgendwas. Ey Leute, ihr kennt mich gar nicht. Mir geht's gut, gell. Hier, Kuss geht oben raus an denjenigen, der auf mich aufgepasst hat im Leben. Ich hab alles. Ich brauch mich nicht profilieren jetzt hier, aber mir geht's gut, gell. Macht euch da mal keinen Kopf drum. Und ich bin dafür da, dass ich auf jeden Fall jetzt einige da draußen auseinandernehmen werde. Weil mich kotzt das an, dieses Drecksverhalten, dieses Falsche, was momentan nur noch rumkursiert in diesem World Wide Web. Diese ganzen Butterfly-Social-Media-Experten da draußen. Schnellt euch warm an. Die nächsten Videos kommen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.